Eines Tages Wenn es geschehen, dann werden wir den E.V. wieder oben ziehen Stell es dir vor, und schimmel ein, der E.O.V. wird wieder Deutscher Meister sein Aussehen Schalalala E.O.V. 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Wir waren Stars heute, aber wir sind nicht so stark, richtig? Ja, leider nicht. Okay, was du sagen am Ende der Video? Like, subscribe and comment. Wir waren Stars heute, aber wir sind nicht so stark, richtig?